Hallo, ich bin Lennart, Lennart Kunz, der FPJler des Steinzeitparks und ich habe hier ein wundervolles Jahr verbracht in der Sonne im Steinzeitpark hier in Dithmarschen. Ich habe mich um die Facebookseite gekümmert und auch ein bisschen um die Website und natürlich hier viel im Dorf gearbeitet. Und ich wollte mich einfach mal bedanken für die schöne Zeit hier im Dorf und alle, die mir hier beiseite bestanden haben und alle Leute, die ich kennenlernen durfte. Es war sehr schön und ich wünsche meinem Nachfolger ein schönes, erfolgreiches Jahr, was ich auch hatte. Und ja, viel Spaß hier noch auf der Facebookseite.